Der Melder piept, die Nachricht verheißt nichts Gutes. Schlauchboot gekentert, Personen im oder unter Wasser, Anzahl unklar, östlicher Bereich des Sees. Großeinsatz. 22 Einsatztaucher, ein Bootstrupp und mehrere Helfer machen sich auf zum Baggersee nach Westerchebs. Ausrüstung auspacken, Boot zu Wasser lassen und rein in den Taucheranzug. Die Druckluftflasche ist bereit. Auch wenn alles nur eine Übung ist, jedes DLRG-Mitglied nimmt seine Aufgabe ernst. Nicht jeder von uns kennt sich, doch im Ernstfall muss alles perfekt funktionieren. Genau deswegen ist dieser Tag so wichtig, sagt Mike Stratmann, technischer Leiter der DLRG-Ortsgruppe Friseute, der die Einsatzt-Taucher-Fortbildung des DLRG-Bezirks am Samstag organisiert und geleitet hat. Insgesamt nahmen an der Übung des gesamten DLRG-Bezirks Oldenburger Land Diepholz vier Ortsgruppen teil. Neben den Friseuter-Lebensrettern waren die Ortsgruppen aus Dinklage, Holdorf und Gandakesee im Einsatz. Das Ziel der Fortbildung ist die Kommunikation.